ich habe auch übrigens mehr Zeit mehr ich weiß weil ich alleine gegen zwei bin weil ich keine anderen Freunde habe wissen wir oh man nein das ist der G-Man der G-Man der G-Man aber wir brauchen unbedingt die Torns von dem anderen Server, die runter lädsen im Sound-Pfeil ich meine die 5 Meter Zell-Oh ich höre ihn steppen er stepped nahe bei dir taunt bisschen was war da etwas was sie verwirrt hat so viel steht fest schade dass du keine Geräusche von deinem jetzigen Prop machen kannst oh ja oh er ist neu er ist neu in Ruhe nein das ist nicht dein Prop oh 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 nervt dich no es ist doch schon im Nachbarraum von mir weißt du, direkt neben mir Ich mein, ich mein, was könnte Ihnen schon in dieser Zelle auffallen, außer dass irgendwie, ja, was, was könnte in dieser Zelle falsch sein? Ich mein, du hast einen Fernseher, du hast einen Tisch, du hast Heizkörper, du hast ein Bett, was hast du sonst so? Der Fug? Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt wohl in der Zelle sagen, was doppelt vorhanden ist. Wa-wa-was ist doppelt? Und vor allem, wenn ich die fucking Zelle. Du bist ein Arsch. Lass ihn doch rein, gibt's doch nicht so viele Tipps, Mann. Okay, das war nicht. Also ich war ein Wiesler auf zwei Töne. Ich denk mir so, Alter, nicht dein Ernst, ne? Denk mir so, Alter, geil, 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 klick. Der torntet durch. Der hatte, er hat jetzt... Wow, 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 wow. Okay. Er hatte schön ein Gerücht, dass er durchtornst. Darf man jetzt verraten, was du jetzt bist? Ja, meinetwegen. der ist da irgendwo in diesen zellen war warte mal kurz herzlein mach mal einen Ton das ist machst du was oder machst du nix? wer weiß, ich mein vielleicht höre mich auch einfach nicht mehr bist du im zellentrakt, Marco? ich hab zwei granaten reingeworfen der ist unten glaub ich bei den waschmaschinen kann das sein? die beiden malen dann nicht warte doch hast du uns schon gesehen, ja, ne? ja für jeden ja, ich bin auch richtig mob hi kommt immer geil boah, jetzt richtig riskant, ey wie ist das du solltest du Tja, who knows. Echt, wie der er ist. Ich hab ne Idee, komm mal hier. Oh, nein. Fuck. War doch der Adrien. Was warst du, ne Flasche oder was? Echt, ich war Munitionsbox. Ah, doch? Ja. Alter, ich wollte nicht schießen, ich wollte nicht schießen. Weil ich guck mich auch noch an ganz kurz. Hättest mich ja gehabt, dann hättest mich ja da gehabt. Und ich dachte mir nur so, fuck off. Er traut jetzt ständig von da. Ich komm aber nicht drauf, ich geb auf, Alter. Was? War das Klo... War das Klo... War das Klo auf dem Pio zu, Alter? Ja. Warte, 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 warte. Nein, oder? Doch. Ach komm schon, wirklich. Ach ja. Aber das Geile ist, hier war zwar... Irgendeiner war zwei oder dreimal drin bei mir. Und hat nicht richtig reingeguckt. Oh, tschuld. Die Mühe hat mich jetzt leider verraten. Toll. Du bist so hetzlich, Marco, ey. Du bist so... WTF? Was? Was? Was war das? Hab ich gesehen. Eine Dose. Oh, tschuld. Ach so, eine coole Idee für den Prop. Also das Ding hast du echt cool gemacht. Also für den Prop eine richtig gute Idee. Hast du ihn schon gehört? Ja, der ist irgendwo beim Zellentakt auf der... Hi. Was? Was war er denn? Er ging nicht. Ich glaub, der Orange oder es sah so aus. Ich war tot und ich hätte da. Ach, schuld. Mach mal... Mach mal eine andere Map an. Oder hier... Soll ich jetzt mal sofort wechseln. Oben, unten. Es ist alles egal. Ich bin überall. Ich sag mal so, der Spot ist echt unfair, Alter. Das ist so sinnlos. Ich hab mir den irgendwann mal ausgeguckt. Ich wollte eigentlich auf die andere... Ich wollte auf die andere Seite davon, aber da ist nicht genug Platz. Ich sag mal so. Ohne Leertaste kommst du zu dem... zu dem Spot nicht. Ohnein. Buschus, joi. Wann wie? Was? Achso, ja, okay. Leertaste ist immer gut. Jetzt erklär mir mal wie. Jetzt war ich gleich. Warte mal Leertaste. Mal probieren. Ja. Warte mal. Ja, Leertaste ist gut, gell. Wartest du nicht? Wartest du nicht? Ja. Ja, ne. Ja, ne. Jetzt waren wir uns in der Nähe. Müssen ein bisschen aufmerksamer sein. Was war das denn? Wait, what? Er war auf ne Waschmaschine oder so. Nein, ich war... Ich war ein Fass. Achso. Ich war das dritte Fass in der Reihe und dann hab ich mich, weil irgendwie Leertaste irgendwie ins... zum Thema wurde, dann hab ich mich dann drauf gestellt. Oh ne, oder? Ich hoffe, dass es geht. Ich hoffe, dass es geht, wenn ich genug Platz hab. Fick dich! Warum guckst du mal hin, Wichser? War das die ersten Spots, in wo er hinguckt? Ah. Was warst du denn? Und zwar wo? Ja, bei mir hat's auch ewig geleckt, bis ich da was machen konnte. Hä. Da war's gerade auch ne Notposi, aber... Du bist ein Wichser. Naja, er hatte noch 10 Minuten Zeit. Achso, ja. Achso. Ach, das zeig ich dir bei Minute 5 oder so. Kommt drauf an, wie man drin... ich weiß mal, was man als unter drin versteht, ne? Hm. Wir haben auf jeden Fall gehört, wie du deinen Healthpack ausgesammelt hast. The Parkour is real. The Parkour is real. Diese Jump'n'Runs. Ja, unglaublich. Huh, das wäre natürlich richtig nice gewesen. Hashtag Mobility und so. Ach Gott, ich bin langweilig, oder? Oh, ne, 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 passt schon, passt schon. Sollte sie ein bisschen anstrengen müssten, ne? Ach, ich dich taunt schonmal, so. Ich glaube nicht... Oh, ich glaube nicht... Er war eher links. So, gut, jetzt können wir euch mal ein bisschen austoben. Pricky warst du dabei, als ich dir am Monitor war und dann weggelaufen bin? Weiß ich gar nicht. Und ich dann der zweite Wasserspender wurde? Passiv, mir war ich glaube ich nicht dabei. Oh, 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 oh! Ich höre Türen. Und schiebe Panik. Man merkt, du zitterst schon. Ja. Ups, ne, das ist ein bisschen zu viel gezittert. Ich richte mich nochmal ein bisschen besser aus, ne? Naja, so. Ich glaube, der war weiter hinten. In einem anderen Rahmen. Egal, so. Obwohl, das hält auf. Ja. Ja, das ist besser so. Auf und rechts, rechts. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So passt das, bleib so. Da drin, glaube ich. Taunt aaaaaaah. Los. Achso, ja, warte. Mach random. So, wie war das mit dem random? Äh, jetzt dreidrücken nach unten links. Achso, okay. Achso, okay. Alles leid. Gleich nochmal bekommen. Hi. Pornstar Feen irgendwie ihren Sinn, wenn man dann drüber redet. Oh, du. Oh. Hahahaha. Entschuldigung. Hahaha. Tut mir leid. Ja, wir sind in der Küche. Ist das, ne? Ja, ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Meine Küche ist natürlich schön. Das sind schöne, viele kleine Sachen, ne? Mhm. Was verlockt denn natürlich? Warte, dann ist das laut. Das scheint aber niemand gehört zu haben, also weiter geht's. Moment, was? Hast du gehört den Taunt? Ja, ja, wir hören ihn. Oh mein Gott. So close. Ja. Wenn sie ihn hören. Du fühlst dich ein bisschen gelangweilt, kann das sein? Ich bin gerade auf 9gag unterwegs. Achso, ihr wollt ein bisschen mehr Action, na gut, okay. So. Oh, oh! Hahaha. 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 Gefahren suchen. Hahaha. Hahaha. Gott, nochmal. Ja. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt hab ich voll lassen. Hahaha. 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 Drop it. Mach doch nochmal, vielleicht fängst du's jetzt ja. Ja, und? Ja. Ne. Ne, leider nicht. Hahaha. Ich bin einfach ungeschenkt. Ja, mir vermerkt's. Ich mach mal eine große Erkundungstour. Was soll's, na? Was soll man denn hier schon? Ich lege. Ich lege. Ich lege. Scheiße. Guck mal, was kann man denn hier alles so? Oh, ne. Na, komm ich hier durch? Nein, ich komm hier nicht durch. Wer ist unten? Wo? Wo ist unten? Fuck, 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 fuck. Jetzt bin ich wirklich im Arsch. Naja, gut. Moment, wo sind sie denn? Ich muss sie erstmal finden. Ja, stimmt. Wenn du nur eine weitere Tür in der Nähe geöffnet hast, heißt das ja nicht, dass er sich findet. Ja. Gibt's so viele Türen hier. Aha. Kann sich gar nicht sicher sein, welche Tür mal nehmen sollen und welche die richtige ist. Boah. Bei mir steht schon Props Win in Null. Ja. Ah. Doof gelaufen. Und tschüss. Was sagst du von mir? Hahaha. Hahaha. Nuke. Hahaha. Ach du hast keinen Nuke mehr. Ne, hab ich verwollert für den unfesten Spot aller Zeiten. Fuck! Da konnte ich nicht hochheben. Ja, leider nicht. Das ist das Problem. Aber eben. Ja. Die Kisten-Action, die war einfach nur boah boah. Mind-blowing. Hahaha. Total. Was war los? Was war los? Ich war so eine Karteikiste und hab einfach nur zwei Schritte nach rechts und links gemacht. Hahaha. Wo ich meinte Gefahren suchen. Hahaha. Okay. Das war's. Das war's.